Willkommen zurück zu Punch-Out! Jetzt gehen wir mal zum nächsten Circuit! Schon wieder! Und schon wieder Zuckerriegel! Box! Liegestütze! Schneller! Was ist nun mal? Hold it right! Jetzt sind wir im World Circuit! Meine Batterie ist fast leer! Wir sehen, hat das 5 und der ist jetzt mal völlig hyperaktiv! Ja, hier! Ich verstehe, I don't know Irish! Ich verstehe, I don't speak Irish oder irgend so was! Oder I don't know Irish, keine Ahnung, was der da für eine Scheiße labert! Schreibt mal die Kommentare, was ihr wollt! Oh! Wie der da völlig ausrastet! Guck dir das! Oh! 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 Kitzeln! Oh! Malen! Oh! Ufeisen! Oh! Ultimate! Bei dem ist was anders! Da muss man nicht ausweichen, sondern... Sondern direkt, wenn er kommt, schlagen! Wir sind nicht aus. Ich habe da gewelt. Oder nicht. Oh! 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 Prozent Prozent ein Alter und das ist gut Tänzchen Stern ich weiß nicht die Staunen kriegt wenn er gestern an der Kölner muss einfach gelockt und dann schlagen ist damit etwas auf da hat diese Köln sind so gut ist am schwersten Hä? Eigentlich soll ich das ja blocken können, ne? Scheiße. Oder kann ich es nur so machen? Scheiße. Oh, wie der ausblickt. Blablabla, 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 blablabla. Schießbürgers, dann müssen wir auch so einen Schießbürger haben. Oh, mit etwas Glückwunsch dann noch down, aber ich glaube ja nicht. Eigentlich sollte es doch gehen mit Blocken. Nein! 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 Das ist jetzt auch lustig, warte. Schlag den Sternhübger auf. Schlag den Sternhübger auf. Na, das doch nicht, na? Ja, wir wissen, dass du dich jetzt selber schlägst. Boah, dann... Ich weiß jetzt nicht, ich wäre doch einfach, denke ich mal die E4, den Final-Botay-Stand vom nächsten Part machen. Seven. Ha, so geht das doch. Oh. Oh. Es ist auch mal soweit. Oh. Es ist auch mal soweit. Ah. Oh, Mann. Das ist nicht gut, aber der ist jetzt entweder ist der jetzt schon down oder der braucht noch einmal. Oh, Mann. Oh, Mann. Ich werde mal weiter. Doch, egal. Weiter und dringend, eigentlich krieg ich noch down. Na? Ah, ja. Juhu, ich bin voll schnell. Ja, ja. Eigentlich bin ich besser, wo ich später spielen würde mit zwei Wochen oder so Abstand... Hä? Das musst du eigentlich gerne gleich in den Sternbeweg verschicken. Ich bin schon schnell. nicht besonders gut genau ist die Gruppe ach 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 Prozent 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 hier etwas als die Fäuste ja fast ein Bauern fast ein Bauern jetzt kommt auch wieder so ein schöner Freund die ZD sind jetzt alles so durchgeknallt sie die die dr und und ja okay ein Meter neunund sich aber die da einmal zu wenig Tior ohne ja mein Freund durch den Winter aus Schlappen sauer sein und trinken und poxen und ganz wie Flaschen haben und drücken nicht zweideilig, ich bin's in die Zweideil Schluck, Schluck, Schluck ja, fühlt sich gut, ne? so, ich muss einmal neu starten nicht mehr So, down gekriegt und dann noch zwei. Noch mal down gekriegt. Das sieht schon mal gut aus. Ja. Ja. Boah. Gut. Geht zwar schneller, aber doch noch erste Runde geschafft. Ja. Ja. Boah. 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 Du bist ja so gut gekriegt. Nein. Subkümpf. Boah. 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 Das musste jetzt einmal sein, weil er sich an den Kopf geschüttelt hat. Oh. Sauere Ohren. 35 Kilo. Du bist ganz schön fett. Bald. Boah. Fotos. Okay. Fotos sauer machen. Noch sauerer machen. Ja. 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 Du bist echt Tobi los. Was. Wie. Ja. Jeje. Joo. Hm. Ha. 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 Let's do it. Ha! Ha. 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 Ja. Okay, zwei Sterne. Ja, ähm, hier ist Weidwöne. Hallo, ach. Oh, Mann. Oh, das ist übel. Wenn man zwei spammt, mit etwas Glück, kann man das dann schon. Na, hat nicht geklappt. Der macht einen direkt Dauernauer. Der hat etwas Glück, kann man den dann direkt auch einmal Dauer machen. Ziemliches, ziemlich sauer sein. Keine Ahnung, was er sagt. Hallo, ach. Down mit dir. Vögelchen. Ich lieg einfach mal am Boden, du weißt schon, du weißt Spaß. Ja, mach ich noch mehr davon. Nein. Nein. Aber ich kann das auch schaffen, eigentlich. Scheiße. Und geschafft. Leider auch nicht gesehen, was der hat, aber... Egal. Egal. Was auch geschafft. Wieder in Runde 1. Hohoho. Ja, ohne Fleisch, kein Preis mehr, du hast oder dich eigentlich schickt. Und trotzdem gewonnen. Yay. Wurzikorrit. Jetzt kommen wir zu all meinen Lieblingscharaktere. Ja, sogar meiner. So, der ist... Der tut voll auch cool, aber... Der ist aber hinterher, Mann. Super Macho Man. Ja. Warum, werdet ihr gleich sehen. Höh, fühlt sich cool. Höh, fühlt sich auch cool. Höh, fühlt sich immer noch cool. Fühlt sich toll, immer noch cool. Deswegen finde ich den nicht cool. Eigentlich ist der nicht cool, der ist einfach nur... Oh, Mensch. Crunch. Oh, deswegen. Bogus. Deswegen. Ah. Crunch, dude. Ja, Foto, ne? Jetzt einmal schon mal da. Ich hab grad Pfeiffer stand und dann Tula. Ja, liegt da erstmal schön, ne? Das ist auch viel. Oh, Pogus. Oh, super Macho Man. Macho Man. Alter, wie der da mal ist, auf den Ausbruch gekauft hat. Oh, ich hab noch kein Teil gekauft, ob ich vor, ne? Das ist ja... Der schon, Leute. 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 Ja, A. Ha, ha. Dude. Du mich auch. Muck, bovis, Leute. Muck, bovis, Leute. Oh, ha, ha. Oh, ha, ha. Ha. Und jetzt! BAM! Boom! Oh! TKO! Hier mit 0 Schaden Äh, 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 äh Äh, äh, äh Oh, sag Boxers hier Ich denke du hast gerade wegen der Toller Kampf Great Fight, Great Fight Ja, ja, ja Ja, und Was das für ein Typ ist Sehen wir im nächsten Part Tschau